Die besten Investoren der Welt reden manchmal auch ganz schön dummes Zeug. Und was das genau ist, das schauen wir uns heute an. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute habe ich meinen Bullshit-Detektor mit dabei. Und das nicht ohne Grund, denn tatsächlich sind mir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten einige Aussagen von so manchen Profi-Investoren, auch Promi-Investoren, in den Nachrichten-Feed gespült worden, wo ich so dachte, ja, das ist aber jetzt doch schon ganz schöner Schmarrn, den du da von dir gibst. Ich habe heute einfach mal ein paar Beispiele mit im Gepäck und bin sehr gespannt, wie ihr die Aussagen einordnet, wie ihr das seht. Ich freue mich auf jeden Fall auf anregende Diskussionen mit euch in der Kommentarspalte. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Kleiner Zwischenruf noch in eigener Sache. Ich habe jetzt einen eigenen Podcast. By the Dip heißt das Ganze. Gehostet wird das Ding nicht nur allein von mir, sondern ich mache das zusammen mit den lieben Kollegen Lars Eriksen und Sebastian Hell. Also da haben wir schon eine ganz gute Truppe aufgestellt, würde ich sagen. Macht auf jeden Fall super viel Spaß mit den beiden. Drei Mikros, drei Meinungen, jede Woche sieben spannende Börsenthemen, die wir versuchen so in 45 Minuten abzuhandeln. Also da ist immer geballtes Wissen sozusagen am Start und auch ziemlich eifrige Diskussionen. Und tatsächlich ist dieses Format ganz gut angekommen. Ja, also wir sind tatsächlich von null auf Platz acht in die Podcast Charts in Deutschland eingestiegen. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an alle, die gehört haben. Ich muss jetzt erst mal gucken, wie ich mit diesem neu gewonnenen Ruhm hier umgehe. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass ich tatsächlich mit beiden Beinen auch wirklich auf der Erde bleibe. Aber jetzt rein ins eigentliche Thema. So, dann starten wir mit Investoren-Bullshit Nummer eins. Und der kommt von Kathy Wood. Was sie konkret gesagt hat, dazu kommen wir gleich mal ganz kurz zu ihr. Kathy Wood ist ja die Chefin von ARK Invest. 2020 überragend performt mit ihrem Fonds, super bekannt geworden dadurch. Aber seither leider dann ja nicht mehr wirklich viel passiert mit dem Fonds. Also die Performance ist regelrecht in sich zusammengekracht 2021, 2022. Wahnsinn. In diesem Jahr läuft es wieder ganz okay. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, dem Nasdaq 100 geht es in diesem Jahr auch nicht schlecht. So, aber um es kurz zu machen. Kathy Wood, und das ist halt doch eine kleine Nachricht, die ich dir mitgeben möchte. Kathy Wood kommt offenbar nach Europa. Ja, sie hat nämlich RISE ETF übernommen und möchte jetzt offenbar ihr Fondkonzept hier also auch in Europa ausrollen. Ob das aber so ein großer Zugewinn ist für die europäische ETF-Industrie, da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Ich jedenfalls bin kein großer Fan von ihr. Und warum, das verrate ich dir jetzt. Ja, ich bin kein Fan von Kathy Wood, weil ich einfach finde, dass sie eine ganz schöne Lava-Backe ist. Tut mir leid für den Ausdruck. Bisschen despektierlich, ich weiß. Aber wir schauen uns jetzt mal an, warum ich das so empfinde. Hier ein Interview mit dem Handelsblatt, das Kathy Wood neulich gegeben hat. Da hat sie nochmal begründet, warum aus ihrer Sicht Tesla im Jahr 2027 achtmal höher steht im Kurs, als das heute der Fall sein soll. Achtmal höher. Das wäre eine Unternehmensbewertung von 6 Billionen Euro. Okay. Lass uns dann einfach mal auf die Umsätze schauen. Was wird denn so prognostiziert bis ins Jahr 2027? Und da sehen wir hier, der Konsens der Analysten geht davon aus, dass Tesla im Jahr 2027 einen Umsatz von circa 200 Milliarden Euro machen soll. Ja, also 6 Billionen Börsenwert in der Theorie von Kathy Wood und 200 Milliarden Umsatz in dem Konsens der Analysten. Das wäre ein KUV von 30. Also, das ist ja völlig utopisch. Ja, also wie kommt jetzt Kathy Wood darauf? Ja, weil sie wird ja mit Sicherheit nicht von diesen 200 Milliarden Euro Umsatz ausgehen. Sie geht davon aus, dass Tesla durch das autonome Fahren einen riesigen Sprung im Umsatz machen wird. Und das wiederum sehe ich als relativ unrealistisch an. Nicht, dass Tesla Umsätze mit dem autonomen Fahren machen wird. Das wiederum sehe ich als realistisch an. Aber in dieser Kürze der Zeit wird das niemals, in meinen Augen, niemals zu so einem Umsatzhebel führen. Und zwar deswegen, weil das autonome Fahren flächendeckend ja noch gar nicht ausgerollt ist. Also, woher soll es kommen in der Kürze der Zeit? Ich glaube, diese Frage kann nur Kathy Wood alleine für sich beantworten. In meinen Augen ist diese Verachtfachung von Tesla im Kurs wirklich in die Rubrik Bullshit zu verbuchen. Ja, dann kommen wir zu Bullshitter Nummer 2 und das ist Harry Dent, ein US-Börsenanalyst, der zumindest mal bekannt dafür ist, relativ waghalsige Prognosen abzugeben. Und auch diesmal hat er sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat nämlich gesagt, er rechnet mit der größten Finanzkrise aller Zeiten, mit dem Platzen der Schuldenblase, mit einem Megacrash in Bitcoin, mit einem Megacrash im S&P, mit einem Megacrash im Nasdaq 100. Ja, blöd nur, dass er sich auch festgelegt hat, wann das passieren soll. Nämlich im Juni diesen Jahres sollte das alles schon stattfinden. Und ja, ich weiß es jetzt nicht. Also, falls das jetzt wirklich der Fall war im Juni, dann ist es an mir zumindest mal vorbeigegangen. Spaß beiseite. Das war natürlich absoluter Bullshit. Ja, und Bullshitter Nummer 3 ist Robert Kiyosaki. Kennen sicher viele von euch von seinem Buch Rich Dad Poor Dad. Absoluter Klassiker. Ja, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich kenne viele, die das gelesen haben und ja, absolut darauf schwören. Also, scheint ein ziemlich gutes Einsteigerwerk zu sein, um sich halt einfach mal so der Finanzwelt zu nähern. Und da halt dann, ja, ich mag den Begriff auch nicht, aber du weißt, was ich meine, ein Mindset aufzubauen. So, aber es geht jetzt gar nicht um sein Buch. Robert Kiyosaki, ja, ist mir zumindest mal negativ aufgefallen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten über seinen Twitter-Feed oder Ex-Feed, muss man ja heutzutage sagen. Und da ist er doch schon ziemlich crashig unterwegs und auch teilweise mit so ein paar wirklich waghalsigen Kurszielen, die sich mir einfach nicht erschließen. Also, hier sehen wir es mal eingeblendet. Er prognostiziert halt, wenn die Weltwirtschaft in sehr große Schwierigkeiten käme, in einen richtigen Crash hinein, dann wäre Bitcoin aus seiner Sicht bei einer Million Dollar. Gold wäre bei 75.000 Dollar. Nur, um das mal klarzumachen, Gold steht gerade bei unter 2.000 Dollar. Und Silber, und das ist jetzt das Besondere, Silber wäre in seinen Augen bei 60.000 Dollar. Nur, um das klarzumachen, Silber steht gerade bei 23 US-Dollar. Also, Weltwirtschaftskrise, Weltwirtschaftscrash sozusagen und dann halt Silber von 23 Dollar auf 60.000 Dollar. Ich bin in Silber investiert, also für mich wäre es natürlich eine ganz gute Angelegenheit. Aber Spaß beiseite. Also, sehe ich absolut nicht. Ja, ich kann mir ja halt auch aus den Rippen schneiden irgendwie, dass, I don't know, Bitcoin einfach mal bis nächste Woche auf eine Milliarde Dollar oder sowas hochgeht. Und kann dann sagen, ja, also wenn die Weltwirtschaft zusammenkracht, dann ist das schon so. Um es kurz zu machen, diese Kursziele sind auf jeden Fall absoluter Bullshit. Ja, kommen wir direkt zu unserem nächsten Bullshitter. Der ist ein bisschen seriöser als Kiyosaki und Harry Dent. Ich meine nämlich Michael Burry. Und den kennen sicherlich viele von euch von dem Film The Big Short. Damals wurde er verkörpert von Christian Bale. Also, mit diesem Film wurde ihm so ein kleines Denkmal gesetzt. Als einer derjenigen, der halt sehr, sehr früh in den Nullerjahren die Immobilienkrise in den USA richtig vorausgesehen hat. Und also dann eine riesen Shortwette platziert hat. Und ja, offenbar dann sehr, sehr reich geworden ist damit. Aber Michael Burry ist möglicherweise so ein bisschen der Instinkt abhandengekommen. Also, hier sehen wir mal in der Einblendung so eine kleine Untersuchung, die angefertigt wurde von den 6-Monats-Performances des S&P 500, nachdem Michael Burry auf Twitter super bärische Tweets abgesetzt hat. Ja, zum Beispiel Ende Januar diesen Jahres, Ende Januar 2023, da hat Burry einfach geschrieben, Sell, raus aus dem Markt, alles verkaufen. Und ja, der S&P 500 ist einfach mal um mehr als 25% danach gestiegen. Also, und das ist ihm nicht nur einmal passiert, sondern halt mehrmals in den letzten Jahren. Und irgendwie scheint das so zu sein, als wäre er auch so ein bisschen eher auf diese, ja, Permabear-Seite umgeschwenkt. Und ja, das ist möglicherweise dann für seine Performance langfristig auch nicht so gut. Ja, worauf will ich hinaus? Ich glaube, Michael Burry ist so ein bisschen dieser Instinkt abhandengekommen. Und deswegen müssen wir ihn halt hier leider in diese Kategorie der Bullshitter mit einbuchen. Leider. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Investment-Persönlichkeit, die ich über alles schätze, die mich auch tatsächlich sehr, sehr geprägt hat in meinem eigenen Anlageverhalten. Und das ist nämlich Charlie Munger, ja. Charlie Munger, rechte Hand von Warren Buffett, einer der ganz, ganz Großen, einer der besten Investoren aller Zeiten. Und bei Charlie Munger verbiete ich mir selber, vom Bullshitten zu sprechen, ja. Und um jetzt mal ein bisschen Autorität hier auf meinem Kanal auszuüben, das verbiete ich übrigens auch euch in den Kommentaren, weil Charlie Munger ist wirklich, wie gesagt, einer der Besten, einer der Größten und wirklich sehr, sehr wichtig auch für mich. Aber Charlie Munger hat jetzt neulich eine Äußerung von sich gegeben, die ich zumindest mal diskussionswürdig finde und deswegen auch hier mit euch teilen möchte. Und was das war, das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz genau an. Ja, Charlie Munger ist ja kein Fan von Diversifizierung. Also das hat er schon in diversen Interviews kundgetan. Ja, er macht sich da immer auch so ein ganz kleines bisschen lustig, mockiert sich immer über Diversifizierung. Er bezeichnet das, glaube ich, als Diversifizierung, also ja, sozusagen Verschlimmbesserung des Portfolios. Aber er hat das jetzt in diesem Jahr auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway auch nochmal bekräftigt und Diversifizierung wirklich als eine verrückte Idee bezeichnet. Und das geht mir ehrlicherweise ein bisschen zu weit, ja. Also für 99 Prozent aller Investoren ist Diversifizierung eine gute Sache und meines Erachtens auch eine notwendige Sache, ja. Also wann macht Diversifizierung keinen Sinn? Wenn du vielleicht einen Aktienkompetenzradius oder einen Geldanlagekompetenzradius hast, wie das Charlie Munger hat, ja, also der mit Sicherheit ein Ausnahmeinvestor ist. Und wenn du vielleicht wirklich eine Resilienz hast, eine innere Resilienz gegen die extremen Schwankungen, die halt die Aktienanlage zum Teil also auch mit sich bringen kann. Und da das bei 99 Prozent aller Investoren ja nicht so ausgeprägt ist, also weder die Fachkompetenz noch halt die innere Resilienz gegen extreme Volatilität, würde ich sagen, wirklich, wir fahren allesamt wirklich gut damit, unsere Portfolios vernünftig zu diversifizieren. Der eine macht das ein bisschen intensiver, streut ein bisschen breiter, ist dann vielleicht so in diesem Camp Gerd Kommer oder Andreas Beck unterwegs. Und andere bauen dann vielleicht ihr Portfolio auf und nehmen da 15 Titel, 20 Titel mit ins Portfolio und haben halt ein bisschen weniger Diversifizierung, aber sind natürlich immer noch viel, viel breiter gestreut, als das jetzt ein Charlie Munger in seinem Portfolio macht. Der, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich meine, mein letzter Stand ist, dass er gerade nur vier Aktien hat. Und das ist natürlich, also ja, da kann man eigentlich überhaupt nicht mehr von Diversifizierung sprechen. Um es kurz zu machen, ich würde Charlie Munger da widersprechen. Ich würde, also was ich wirklich feiern würde, wäre ein Streitgespräch zwischen Charlie Munger und Gerd Kommer. Ja, ich weiß, das schießt mir jetzt einfach nur so spontan durch den Kopf, aber das wäre wirklich eine Sensation. Und dafür würde ich sogar Eintritt zahlen, ja. Dafür würde ich wirklich Eintritt zahlen. Aber, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ich möchte Charlie Munger da widersprechen. Ich spreche nicht von Bullshitten, ja. Also, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, mein Punkt ist ausreichend klar geworden. Ja, und damit kommen wir zum Ende dieses Videos hier. Ich glaube, man kann den gesamten Inhalt dieses Videos hier auf eine simple Formel runterbrechen, nämlich extreme Meinungen. Die bringen vielleicht Aufmerksamkeit. Aber realistische Szenarien, realistische Analysen, realistische Prognosen, die bringen am Ende des Tages das Geld. Deswegen lasst euch da nicht blenden von irgendwelchen extremen Meinungen, von irgendwelchen wilden Kurszielen, von irgendwelchen crashigen Extremanalysen und so weiter. Das ist mein Fazit, was ich auf jeden Fall noch mit dir teilen möchte. Und jetzt geht meine Abschlussfrage raus, wie immer an dich. Lass mich doch einfach mal wissen, was dir so an Bullshit-Prognosen in deinem Börsenleben so über den Weg gelaufen sind. Und ja, von wem die auch kommen. Also das würde mich wirklich interessieren. Bin sehr, sehr gespannt, was da alles zusammenkommt. Also wir haben ja auch den einen oder anderen Kandidaten hier in Deutschland, der durchaus mal für eine steile These bekannt ist. Also schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf alles antworten, was da kommt. Oder zumindest auf fast alles, wie immer. Mittlerweile kommen da ja so viele Kommentare zusammen. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich komme teilweise gar nicht mehr richtig hinterher. Aber ich mache es jetzt kurz. Daumen rauf bitte, Feedback da lassen in den Kommentaren, Abo drücken, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir. Bis dahin, alles Gute dir.